Hallo, ich bin wieder da, hallo, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du jetzt mich hörst und dabei bist, die Technik, wie du merkst, funktioniert wieder, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und fangen jetzt direkt an mit FitNix, mit mir halbe Stunde und mit der Katja und mit der Valdi und ich bin jetzt schon aus der Puste, wir starten heute mit ein bisschen Box-Fitness, also Cardio-Teil und danach die Kräftigung, also ich würde sagen, wir starten direkt hier mit einem Easy Bounce, Side to Side, rechts, links, erstmal locker werden, gerne die Schultern kreisen, Hände schütteln, das, was du gerade brauchst, Gesicht entspannen, Bauchnabel einziehen, immer gerne mal die Arme nach oben und nach außen, ja, einfach mal winken, die Sonne ist draußen, also jetzt nicht mehr, so, dann langsam die Beine ausschütteln, wir starten ungefähr schulterweit, Easy Jab rechts und einmal links, deine Faust ist fest, Kind zieht Richtung Brust, sehr gut, bring immer die Fäuste wieder ans Jogbein, also ungefähr zur Backe, Ellbogen an die Seite, ja, wir schützen die Rippen und du darfst dich gerne ein bisschen tiefer setzen, ja, also nicht oben bleiben, bloß nicht nach hinten lehnen, eher nach vorne, gut, gib mir zwei Jab mit rechts und zweimal links, wir haben auch hier wieder drei Blöcke und wir bauen den ersten auf, achtet darauf, wie die Ferse mit aufdreht und der Oberkörper mit rotiert, so, das ist der Jab, wir geben uns noch vier, noch drei, dann haben wir eine neue Bewegung, ein Uppercut, einmal rechts und einmal links, die Arme bleiben gebeugt und wir treffen das Kind vom Gegner, auch hier Rotation im ganzen Körper, vier, drei, wir verdoppeln auch hier, zweimal rechts und zweimal links, sehr gut, kalt, ihr macht's auch gut, noch vier, drei, zwei, wir starten nochmal mit dem Double Jabs, zwei nur rechts, zweimal links, wollen wir ein bisschen Raum dazu nehmen, ja, dann geht's zwei Jabs nach rechts und zwei nach links, Achtung, rechts und links, ja, lauf einfach mit dem Schlag in die Richtung, denk dran, die Faust dreht den ein und wieder zurück und der Ellbogen kommt immer wieder an die Seite, du kannst bei zwei Schlägen bleiben oder drei schnelle machen, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, auch hier, lehn dich in die Richtung vom Schlag, also nicht dagegen, sondern in die Richtung, also, ha, aber nach rechts und links und wenn du ganz viel Spaß an der Bewegung hast, mach den Schritt größer, darfst du dich auch abstoßen mit dem hinteren Fuß, so, langsam genug geschlagen, oder? Wir schlagen heute eine ganze Weile, noch vier, drei, zwei, wir bauen auf, gib mir nochmal den Double Jabs, der hängt dran, zwei Uppercuts, Triple Jabs, eins, drei, drei, aber, aber links, ja, verbunden, wenn dir das zu schnell geht, mach zwei Schläge zur Seite und zwei Schläge nach vorn zu mir, so, wir haben schon fast den ersten halben Block, letztes Mal, bei uns am Platz, rechts, links, Schulter nochmal locker machen, Fäuste gerne nochmal entspannen, die brauchen wir gleich wieder, nimm die Füße erstmal zusammen und dann gehen wir in einen Jumping Jack, auf und zu, lande mit den ganzen Füßen, auch mit den Fersen, die nach außen, das hängen wir einfach hinten dran, für vier, drei, drei Jabs, Upper Upper, vier Jumping Jacks, lauf nach links, Upper Upper links, vier Jacks, da lang geht's, lehn dich in den Schlag, vor allem im Uppercut, drei, ab, ab und vier, letztes Mal, das ist schon unser erster Block, das merken wir uns für nachher, ja, Block 1 geht nach rechts und nach links, easy Bounce am Platz, Block Nummer zwei, wir gehen in ein paar Blöcke und in ein paar Kicks, Schwerpunkt Karate, nimm den rechten Fuß mal nach vorne und shuffle erstmal zu mir, wieder zurück, nochmal vor und zurück, vier, vier, drei, zwei, wir bauen auf, komm erst vor, bleib hier, tief, Mitte, tief, zurück, easy Bounce, locker, nochmal vor, vorne blocken wir, zurück, kurze Pause, noch bevor, denk dran, setz dich tief, Knie raus, also öffne nach außen, keine X-Beine, Faust, im Block, tief, Mitte, tief, das merken wir uns und dann nimmt noch ein Bein dazu und zwar das hintere, Kick, easy, nochmal vor, blocken, zurück, da hinten ist ein Gegner und lande soft, noch vier, soft Randung, drei, nur noch zwei, achte drauf, wenn du nach hinten wieder gehst, im Kick, die Hüfte bleibt parallel, also nach vorne gerichtet, nur der Kopf schaut nach hinten, Achtung, Kick, on Switch, locker bounce, was ist passiert, nach einem Kick, einfach ein Switch, Kick und Switch, keine Sorge, wir bleiben hier, bouncedings, shuffle nach vorne, wir üben wieder, Block, shuffle zurück, nur der Kick nach hinten, bleib hier, shuffle vor, tief, Mitte, tief, Kick, lande, nur noch zwei, letztes Mal, dann mach dich bereit für den Switch, nach dem Kick, shuffle rechts nach vorne, Block, ja, Kick und Switch, hopp, du kannst den Switch auch ganz gemütlich angehen, ohne Sprung, Kick und Step, noch vier, das ist Block zwei, noch drei, die letzten zwei, Letzter, nas, da kommt noch dabei, easy bounce, rechts, links, so, was sagt ihr, wollen wir erstmal noch Block eins machen oder Block drei, Block eins, okay, Block eins, drei Jab nach rechts, aber, aber, aber rechts, vier Jumping Jacks, nochmal Block eins, nach links, wir machen nochmal Block eins, okay, da lang, vier, drei, letztes Mal, dann gehen wir direkt über, in Block zwei, Schuffle nach vorne, Schuffle nach vorne, Block, zurück, Kick und Switch, linker Fuß, nochmal Block zwei, komm vor, letztes Mal, alles klar soweit, bei uns am Platz, wir sind ein bisschen aufgewärmt, der Kopf brennt, letzte Kombo, Oberkörper und nochmal ein Kick, stell dich gerne erstmal hin, gib mir ein Easy Jab, und Hook im Wechsel, ein neuer Schlag, der Arm bleibt gebeugt, wir treffen mit dem großen Knöchel, ungefähr die Wange vom Gegner, also Ziel am Kopf vorbei, wenn du einen Spiegel vor dir hast, und drehe auch hier wieder, Schulter, Hüfte und Ferse mit auf, zweimal rechts, zweimal links, lass den Arm gebeugt, ja, die Hüfte ist dafür verantwortlich, nicht strecken, so, wir kombinieren, Jab rechts, links und Tempo, vier, Double Hook und nochmal die Jabs links, rechts, Double Hook links, ja, Nase und Wange, die letzten vier, ja, wird locker in der Schulter, noch zwei, letzter, Bounce am Platz, gut, wir merken uns die erste Hälfte, da kommt noch ein kleiner Teil, der Kick fehlt, Bounce nach rechts und nach links, rechts und links, ein bisschen Aufbau, Bounce am Platz, Bounce nach links, Bounce am Platz, für vier und für vier, nochmal vier, gut, Bounce, Bounce oder? Kick, landen, vier, drei, zwei, eins und landen, der Sidekick, wir treten über die Seite, zur Seite, achtet drauf, dass dein Knie Richtung Brust erst zieht, dann schiebst du den Fuß, das Bein in die Länge und der Oberkörper geht dagegen, wie eine Standwaage, Bauch bleibt fest, sehr gut, Fisse schaut nach oben, Zehen nach unten, immer soft landen, also ganz weich, letztes Mal, Easy Bounce, wir kombinieren, rechter Fuß vor und hör erstmal her, Jab Cross vier, Double Hook, Shuffle zur Seite und Kick, probier's aus, vier, zwei, Sidekick, Easy Bounce, jetzt starten wir mit links, vier, drei, zwei, Jab Cross, Hook, einmal nach rechts bitte, und mit rechts, landen, Soft Bounce, wir sparen uns die Pause, ja, wo ist er denn heute? Rechter Fuß, vier, der Hook dreht sich ein in die Richtung, Achtung, ohne Pause, linke Faust, dreh ein nach rechts, das ist unser letzter Block, letztes Mal, und Easy Bounce, okay, falls du nochmal in die Raummitte musst für dich, ich weiß nicht, wie viel Platz du zu Hause hast, zentrier dich, wir bringen alles zusammen, wir lassen es so wie es ist, Block 1, Block 2 und Block 3, nicht wundern, am Ende starten wir in die andere Richtung, also wir starten erstmal nach da, Seid ihr bereit? Noch vier, drei, zwei, dreimal, Abber, Abber nach vorne, Jumping Jack, nochmal, Abber nach links, Kin Kin, Block 2, zu mir nach vorne, rechter Fuß, wir blocken, zurück, Kick mit links, Switch, Switch, linker Fuß vor, Block, Switch zurück, rechter Fuß, Achtung, Jab Cross, vier, Hook, Huck, Kinn, äh Wange, Shuffle, nochmal, vier, zwei, dreh auf nach rechts, easy bounce, so, fast der Fuß eingeschlafen, da hinten ist alles gut, ja, gut, dann starten wir jetzt von Anfang nach links, vier, Drei, Upper Upper, Jumping Jacks, da lang, drei, Kin Kin, es geht vor, Block, zurück, Kick, Kick und Switch, rechter Fuß ist vorne, linker Fuß ist vorne für den Jab Cross, Double Hook, Wange, Wange, Shuffle nach rechts, Jab Cross, ja, da lang, ohne Pause, da lang geht's, Drei, Jab, Jab, Upper Upper, Jacks, sehr gut, nach links, drei Schläge, oder zwei, Rechter Fuß, kommt zu mir, Karate, wir blocken, zurück, Kick mit links, Schwung voll, Hopp, Jab Cross rechts, Wange, 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 da lang, Arm Kick, links, nach rechts, links, rechts, Easy Bounce, okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde für die Valdi, dann ist Pilatus nachher besser, vier, drei, da lang geht's, zwei oder drei Schläge, Upper Upper, Jumping Jack, immer schön lächeln, immer schön lächeln, da lang, linker Arm, Komfort, blocken, zurück, rechter Fuß kickt, Schwung voll, Hopp, Komfort, Jab Cross links, rechts, Huck, Huck, wo lang geht's, Valdi, da lang, rechter Fuß, wir ärgern hier niemanden, wir haben alle Spaß, gell, und locker Bounce, okay, reicht, oder, oder wollen wir nochmal, wollen nochmal, das ist Fit Mix, wir machen jetzt 50% auch Kräftigung, keine Sorge, wir haben trotzdem noch ein bisschen Kicks dabei, solltest du eine Pause brauchen, zum Beispiel ein Handtuch mal nehmen, oder was trinken wollen, darfst du das jetzt machen, und ansonsten würde ich sagen, fangen wir an, starten erstmal mit den Beinen, gerne Schulter bis Hüft weit, Zehenspitzen, dürfen gerne nach vorne schauen, Hände zusammen, zwei Zeiten, tief, und wieder hoch, Kniebeuge, darfst auch gerne eben mal oben lösen, Po schiebt zurück, und Bauchnabel zieht nach innen oben, so, das ist doch wieder ganz verständlich, Single Tempo, pumpen wir erstmal die Oberschenkel auf, super spannende Squats, noch vier, drei, zwei, und dann pulsieren wir unten, lass die Arme hier überkreuzt, bleibt unten, ja, Fersen drücken in den Boden, wollen wir erstmal ein bisschen Capoeira machen, also wir machen keine Übertrehungen oder so, also keine Sorge, ganz normal, der Grundschritt ist nichts mehr als ein Squat und ein Lunch, ein Squat, ein Lunch, Squat und Lunch, links und rechts, du darfst gerne die Arme mitnehmen, das sieht dann schöner aus, X und öffnen, so, ich schummel, ich bleib oben, ich merke mir erstmal das Dreieck am Boden, nicht überkreuz, das darfst du im Dance machen, jetzt sind wir im Kampfsport, also öffne weit und setz zurück, feder dich ab und schwebe über dem Boden, ja, wir bauen auf, gib mir einen Kick mit links nach vorne, rüber, Kick mit rechts, deswegen nicht überkreuz, was passiert sonst, das hier, Kick, weit zurück, wenn du die Beine trainieren möchtest, bleibst du unten und die Brust bleibt stolz, nur noch vier, sehr gut, nutze im Frontkick die Schultern, also Bein lang, Hüfte öffnet, Schultern gehen leicht zurück, ich hab gehört, wir machen noch vier, noch drei, das ist die Jenga, mit einem Kick nach vorne, letztes Mal, bleib im Squat, gerne mal die Arme ausschütteln, wenn es die Beine sind, darfst du nochmal die Beine ausschütteln und dann wieder reinkommen, nehmt mal den rechten Fuß nach hinten und bleib hier, wir laden jetzt erstmal das ganze Gewicht auf den vorderen Fuß, aufs vordere Bein, wir werden nochmal langsamer in der Bewegung, Single Tempo, Single, Powerhouse anspannen, das kennen wir, so, nehmen wir die Beinmuskulatur mit, die hat er noch nicht gelitten, ein Lunge und ein Kick nach vorne, setz dich tief und dreh mit nach auf, nach vorne, Schulter geht etwas nach hinten, lass dir mit den Armen helfen, dann noch vier, hörst mich atmen, wir werden ein bisschen schneller, oder? Kick, tief, vor, optional, bleib bitte beim Kick und geh nach hinten, nicht so weit nach unten, ja, dann hast du noch den Frontkick schön mit drin und wir schauen mal, dass wir mit dem Fußballen treffen, also nicht mit den Zehenspitzen, nur noch vier, drei, zwei und Squat, oh Fabian, keine Sorge, ihr könnt morgen noch laufen, seid wahrscheinlich eh alle zu Hause und ihr sitzt, vier, drei und kurz lockern. Bisschen Cardio, bisschen Kräftigung, wir gehen direkt in die andere Richtung, das heißt, linker Fuß zurück, gerne ein bisschen weiter, tief und wieder hoch, ganz locker. Ich freue mich nachher auf Pilates, wir werden ein bisschen schneller, tief und hoch. Wir wollen ja noch gleich auf den Boden und ein bisschen was für die Arme machen. Waldi, ich glaube, wir denken das Gleiche, oder? Ein paar Liegestütze. Tief und Frontkick. Denkt dran, Bein schwingt, Bauch bleibt fest. Wir geben uns noch vier und noch drei. Du kannst immer in dem Tempo bleiben oder anziehen. Tief und vor. Po-Spannung. Nur noch acht. Die letzten vier. Komm in eine Easy-Jinga. Locker, locker. Das war der Squat und der Lunge im Dreieck. Wieder Luft zu bekommen. Eine Runde schnell. Hopp, hopp. Oh Fabian. Dreieck. Vier. Drei. Zwei. Und locker. Gut. Wir kommen runter auf den Boden. Du kannst immer auf die Knie kommen, wenn du was Weiches hast, eine Unterlage. Ist auch okay. Wir machen eine Runde Stürzübungen und dann sind wir auch schon fertig. Also starte gerne im Vierfüßlerstand. Bring deine Hände ungefähr schulterweit auseinander. Und deine Schultern sind dann unter den Händen, über den Händen. So rum. Zehenspitzen aufgestellt. Bauchnabel zieht ein. Und Knie lösen leicht vom Boden. Beine lang. Dein Po ist auf Schulterlevel. Das heißt, schieb den Po nicht nach oben. Und lass die Hüfte auch nicht hängen. Wenn es gar nicht mehr geht, Knie absetzen. Belastung bleibt vorne. So, wir wollten was für die Arme machen, oder? Öffne erstmal nach rechts. In den Seitstütz. Dann komm wieder zur Mitte zurück. Fließender Wechsel nach links. Einmal gönnen wir uns noch. Nach rechts. Öffne weit nach oben. Vielleicht kriegst du die Hüfte noch ein Stückchen höher. Fließender Wechsel. Okay, komm zurück zur Mitte. Schau mal her. Eine Liegestütz. Und öffne. Eine Liegestütz. Und öffne nach links. Optional. Auf den Knien. Oder wenn dir das zu schnell wird, gerne auch in deinem Tempo. Nur noch zwei. Pro Seite würde ich sagen, oder? Halt den Stütz in der Mitte. Und schieb deine Schulter nochmal zurück. Richtung Beckentasche. Vier. Drei. Knie ab. Gesetzt zu den Fersen. Kurze Erholung. Für die Arme. Für die Schultern. Und lösen. Schultern kreisen. Wir haben noch eine Kräftigung. Dann hören wir auf. Oh. Wir machen noch ein paar Mountain Climb, was, oder? Ja, wir müssen uns ja nicht dehnen. Wir haben danach ein bisschen Pilates. Nicht, dass es nicht anstrengend ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Okay. Stütz. Bauchnabel rein. Schultern tief. Und wir starten langsam. Diagonal. Den Mountain Climb. Heißknie. Richtung Ellbogen. Oder Handgelenk. So, die letzten 20 Sekunden. Okay. Gerne ein bisschen schneller. Okay. Hat jemand gezählt? Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Und bevor wir absetzen. Und bevor wir absetzen. Und noch mal halten. Knie ab. Gesäß zu den Fersen. So. Jetzt können wir gerne was ruhigeres vertragen. Das letzte Lied wahrscheinlich. Und lass mal kurz los in den Schultern. Richte dich auf. Richte dich auf. So. Oh, schön. Wird mal ein bisschen geschwitzt. Nicht nur ich. Richte dich auf. Platten runter. Öffne die Arme. Hände klappen um. Kraken hinten zusammen. Und zieh nochmal in die Länge. Sehr gut. Langsam die Hände lösen. Rechter Fuß vor. Stütze dich ab. Komm nach oben. Beine ausschütteln. So. Rechten Fuß einmal heranziehen. Oberschenkel vorderseite. Hüfte schiebt vor. Und Seitenwechsel. Linken Fuß. Auf den rechten Oberschenkel. Hände öffnen oder zusammen. Dann setz dich tief. Beug das Standbein. Schieb das Gesäß nach hinten. Und deine Schulterblätter eher zusammen. Und die Schultern weg von den Ohren. Einmal hochkommen. Den linken Arm einmal ranziehen. Und mit dem rechten Arm herandrücken. Für Schulter und Schulterblatt. Seitenwechsel. Erstmal den Fuß rechts auf links. Bauchnabel rein. Und komm tief. Dann langsam wieder auflösen. Den rechten Arm heranziehen. Mit der linken Hand dem Arm herandrücken. Schulter unten lassen. Und bevor wir uns verabschieden. Trizeps. Rechte Hand zwischen die Schulterblätter. Gerne von oben deckeln. Und Seitenwechsel. Rechte Hand drauf. Und atme noch mal tief in die Brust ein. Und langsam wieder aus. Dann lösen. Schultern kreisen. Auch mal die Richtung wechseln. Hände zu Fäusten. Einmal auch hier kreisen. Auch die Richtung wechseln. Öffnen. Und klatschen. Hey. Oh, oh, oh. Vielen Dank, dass ihr dabei wart zum Fitmix. Gut mitgemacht. Gut mitgeschwitzt. Jetzt geht es gleich weiter hier mit Pilates. Macht euch frisch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. 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 Tschüssi.